Ja, ja. Oh, Jackpot, Jackpot! Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Lucky SG, zusammen mit Early selbst. Hallo. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Was ist hier los? Mein Spiel ist abgestülpt, glaube ich. Ja, steht hier noch? Sicher? Ne, es hängt auf drei. Ich warte noch. Bitte, komm. Ich hab zwei Schwerter, Dalu. Ich hab zwei Schwerter, tun wir das nicht an. Es kann sein, dass ich tot bin. Lauf! Nein, ich wurde respawned! Scheiße! Wie, du wurdest respawned? Ja, es gibt ein Event, das respawned ich und ich wurde respawned. Oh Gott! Das ist natürlich blöd. Minecraft hat keine Rückmeldung, ich warte einfach. Aber ich glaube, ich bin schon erschlagen worden, oder? Weiß ich nicht. Nein, noch ist die Friedensphase. Das ist ja blöd. Schau mir nur, woher das jetzt kommt. Da ist nichts zu machen. Ich bin schon wieder alleine unterwegs hier. Ich glaube, du bringst Pech bei mir. Ja, klar! Ja! Immer wenn ich mit dir spielen, stürzt mein Spieler. Ja, ja. Oh, Jackpot, Jackpot! Wovon hab ich jetzt auf die Schnauze gekriegt? Oh, ich hab so viele Sachen bekommen. 3 Dias! Hast du auch Sticks? Ja! Wollte ein Schwert nochmal bekommen. Problem ist, ich kann jetzt nicht an ihn spawnen. Wir wollen einen Apfel. Ich hab noch ein Pfeil. Das ist ein Notop. Fuck! Wenn der mich jetzt holt, bin ich im Arsch. Lauf! Fuck! Bin tot. Mann, ich hab Jackpot gehabt! Scheiße! Nodob dich entschlagen. Ja, ich wollte zum Spawn an die Crafting- Ist gar kein Crafting. AHHHHHHHHHHHHHHHHHH Ist gar kein Crafting. Ich bin abwälliger Maske. Stammt schon wieder. Oh ney. Oh ney. Oh ney. Oh ney. Ney. Ja, ney. Wem schaust du grad zu? Nodob. Bist du noch da? Jetzt bin ich wieder reingekommen. Okay. Und ist wieder abgestürzt. Kann das mit der Map zu tun haben? Das kann natürlich auch sein. Na, mach Nodob. Nodob hat Angst. Hehehe. Schon wieder komplett ge-freezed bei mir. Ich kann aus einer Map liegen logischerweise. Welche war das jetzt? Ehhhhhh. Da fragst du den Falschen. Oh. Rüstung. Nodob rüstet sich gerade relativ gut aus. Eisen oder was? Ich hab noch keine Dierrüstung gesehen. Übrigens. Ist nicht drin, oder? Äh, Dierrüstung gibt's nicht. Nein. Das wäre ja zu OP. Aber die kannst du natürlich perven, wenn du zwei Jackpots bekommst. Was selten ist, aber wenn du zwei Stück bekommst. Dann bist du gut unterwegs. Und die Sache ist, dass Zukunft ist auch immer ganz spannend. Weil man nie weiß, was passiert. Weil es ja nicht einfach ist, der rüstet sie aus. Sondern es kann einem möglicher Scheiß passieren. Das heißt, man schaut zu und derjenige hat auf einmal ein Loch und ist dann weg. Bei mir stürzt, wie gesagt, alle paar Sekunden ab, sobald ich zugucke. In der Funville Lobby nicht, nur wenn ich in der Map bin. Dich ist Scheiße. Dich ist Scheiße. Dich ist Scheiße. Na, Notop, holst du den? Gönn dir noch den Sponge vorher. Oh, jetzt hätte er sich einen guten Effekt tun können. Oh, Spy-Buy hat einen Dierschwert. No, hat einen Dierschwert. Sieht aber gut aus für Notop. Perfekt, Notop hat ihn. Und war noch ein Sponge, das ich jetzt holen kann. Äh, zwei, vier, sechs. Ja, Notop, los. Ja, das kann gerne mal passieren, dass man nur Scheiß bekommt und alle anderen kriegen nur gute Sachen. Ja, aber darum geht es ja irgendwo, ne? Ist ja keinen Sinn. Das ist ein Spielmodus, bei dem man sich mega freuen kann, aber auch mega aufregen kann. Wir werden auf jeden Fall noch die Sponge-Blöcke erhöhen, dass es mehr Sponge-Blöcke und auch schneller wieder neue gibt. Damit man einfach wieder eine bessere Chance hat. Weil die sind ja alle relativ schnell weg. Ja, ja, der Refill ist auf jeden Fall gut, wenn der schneller kommt. Also man läuft sonst wirklich lange rum. Der größte Spaß ist halt da, wenn du, ähm, ja, immer wieder Sponge-Blöcke haben kannst. Äh, Dalu, sag nochmal was. Hallo, ja, was soll ich dir sagen, Ali? Du hast irgendeine Störsequenz bei dir mit drin. Quatsch mir gleich. Ich hab ne minimale Störsequenz, die ich irgendwo durchs 5.1-System am Arsch der Welt höre. So, 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 so ein Krisseln ist das. Dann mach du erst mal fertig. Oh Gott, Deathmatch, lol. Oh, alle haben die, alle haben die Erschwert. Alle die Erschwert und verzaubert. Oh, 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 oh. Nordop mischt sich ein, Nordop mischt sie ein. Oh, Crafting-Pad geht gut ab. Verzauberten Bogen und verzauberte Rüstung. Er hat wahrscheinlich, äh, XP-Bottles bekommen. Hm, Nordop versteckt sie. Das war's. Crafting-Pad hat keine Chance. Er hat kein Schwert. Und Nordop nutzt die Chance. Ja, ja, Nordop, Nordop, Nordop. Komm, hol ihn dir, hol ihn dir, hol ihn dir. Jetzt hat er ihn. Keine Chance. GG. Nice. Ja, Nordop hat das Ganze gewonnen. Und, äh, ja, war auf jeden Fall geschmeidig die Runde. Nicht für mich, nicht für Dalu, aber trotzdem, wenn ihr das Ganze selber mal zocken wollt, ab auf funwill.eu. Schaut bei den anderen Teilnehmern vorbei. Und, äh, ja, ich bin froh, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbei seid. Drückt ein Däumchen nach oben. Und dann, hau da rein. Machen sie's gut. Und, ja, ich habe ein ganzes Bild. Wir sind sehr gut. Und, jetzt geht's.